Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute teste ich den Inkbird INT11PB. Das ist ein kabelloses Barbecue-Thermometer. Ich hatte vor kurzem ja bereits ein Barbecue-Thermometer von Inkbird im Test. Das war allerdings kabelgebunden. Das binde ich hier mal ein und ihr findet das unten in der Videobeschreibung. Diesmal teste ich ein kabelloses Thermometer und bin schon gespannt, wie das sich schlägt. Das hat ja einige Vorteile, aber vielleicht auch einige Nachteile. Das schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Und wenn ihr Technik genauso liebt wie ich, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video direkt einen Daumen nach oben verpasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. So, jetzt viel Spaß beim Test. So, schauen wir zuerst einmal, was sich hier alles in der Verpackung findet. Die ist ja schon mal ganz schick gemacht. Im Inneren haben wir das Thermometer in einer Ladebox. Schauen wir uns gleich an. Darunter haben wir dann das Handbuch und ein USB-A zu USB-C-Kabel zum Laden. Mein Netzteil ist nicht mit dabei. Und jetzt werfen wir auch mal einen Blick auf die Ladebox. Sieht schick aus, wie ich finde und hat hier ein schönes rosé-goldenes Band, welches um das Gehäuse rum geht. Auf der Rückseite befindet sich der USB-C-Port und auch der Button zum Paren und auf der Front haben wir eine Status-LED. Den Deckel können wir hier nach oben aufschieben und im Inneren befindet sich das kabellose Thermometer. Das kann man hier vorne rausnehmen. Allerdings nimmt man es hier an der Spitze raus, was ich suboptimal finde. Andersrum wäre es mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Was auch sehr praktisch ist, das Etui ist magnetisch, kann also hier beispielsweise am Ofen oder auch am Grill angebracht werden. So, und jetzt schauen wir uns das Thermometer mal ein bisschen genauer an. Da ja hier auch die ganze Technik drin sein muss, ist das Thermometer auch dicker und hinterlässt dann im Fleisch auch ein größeres Loch. Das ist zwar jetzt nicht sonderlich schlimm, aber ich will es mal erwähnt haben. Wir haben hier einen Strich, kurz vor dem Endstück. Bis hierhin muss das Thermometer mindestens reingesteckt werden, um ein akkurates Ergebnis zu erzielen. Die Besonderheit hierbei ist auch, dass wir zum einen den Fühler an der Spitze haben, der für die Kerntemperatur zuständig ist, und dann das schwarze Endstück hier, welches die Umgebungstemperatur vom Garraum, sei es Ofen oder Grill misst. Dadurch haben wir immer zwei Temperaturen in der App im Blick, was schon sehr praktisch ist. Der Frontfühler hier, der hat einen Temperaturbereich von minus 10 bis 100 Grad Celsius und hier das Endstück für die Umgebungstemperatur, da gibt es einen Temperaturbereich von 0 bis 300 Grad Celsius. Also, ihr könnt das Ganze im Ofen oder im Grill auch bei höheren Temperaturen nutzen. Kommen wir mal zur Akkulaufzeit. Wir haben hier eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden. Damit können wir dann also auch mal über Nacht einen Pulled Pork, einen Beef Brisket etc. auf einen Smoker machen und haben immer noch Akku. Das Schöne ist, wir haben ja hier noch die Ladebox, da legen wir das rein und in nur fünf Minuten können wir Akkulaufzeit für fünf Stunden Nutzung draufpacken mit einem Fast Charge. Verbunden wir das Thermometer über Bluetooth 5.1 mit dem Smartphone und hier haben wir theoretisch eine Reichweite von bis zu 91 Metern, aber eben nur auf einem freien Feld. In der Praxis hat mir die Reichweite aber absolut ausgereicht. Ich hatte jetzt keine Verbindungsabbrüche. Die Einrichtung gestaltet sich sehr einfach. Das Thermometer wird in der App bereits erkannt und schon bin ich verbunden. Probieren wir es also gleich mal aus mit einem schönen Stück Lachs. Also das Thermometer bis zur Linie reinschieben, dann noch ein paar leckere Gewürze dran. Ich habe da was aus den USA mitgebracht. Einfach himmlisch das Zeug und ab in den Ofen. In der App kann ich dann bereits die beiden Temperaturen sehen und auch einstellen, bei welcher Kerntemperatur ich eine Benachrichtigung haben möchte. Ich wähle also hier Lachs aus und bekomme hier von der USDA schon den Wert 63 Grad Celsius vorgeschlagen. Den kann man dann akzeptieren oder einfach die eigene Wunschtemperatur einstellen, wenn man weiß, was man macht. Da ich den Lachs jetzt nicht durchgegart haben möchte, sondern noch leicht glasig, wähle ich 55 Grad Celsius. Das ist meine Lieblingstemperatur bei Lachs. Ich kann übrigens auch einen Voralarm einstellen, also einen Alarm, der mich warnt, wenn ich 5 Grad Celsius, 10 Grad Celsius oder mehr Grad Celsius vom Ziel entfernt bin. Ja, und jetzt warten wir ein wenig. Und da das Ganze ja jetzt kabellos verbunden ist und wir über das Smartphone alle Informationen erhalten, kann ich mich jetzt auch einfach mal ins Wohnzimmer setzen und hier ein bisschen was arbeiten. Und werde natürlich auch benachrichtigt, sobald die Wunschtemperatur erreicht ist. Und das ist natürlich schon sehr praktisch, da ich dann nicht die ganze Zeit in der Küche oder draußen beim Grill stehen muss, sondern einfach mal nebenbei andere Sachen machen kann, wie beispielsweise Beilagen zubereiten oder einfach arbeiten. Und mit der Bluetooth-Verbindung haben wir auch eine ordentliche Reichweite, also ist kein Problem, wenn der Grill draußen im Garten steht und wir uns reinsetzen. Wie gewünscht ertönt bei 50 Grad Celsius nur ein Piepen von der Ladebox und im Smartphone werde ich auch benachrichtigt. Kurz darauf sind auch meine 55 Grad erreicht und ich kann den Lachs aus dem Ofen nehmen und das Thermometer entfernen. Vorsichtig, das ist ganz schön heiß. Und wie man sieht, der Lachs ist hier noch schön glasig, genau wie ich es mag. Dann habe ich hier auch noch einen leckeren Rollbraten, bei dem ich auch wissen möchte, wann er im Inneren durchgegart ist, um ihn dann rausholen zu können. Also Thermometer reinschieben bis zur Linie und ab in den Backofen. Ich könnte das natürlich auch indirekt auf dem Grill machen, allerdings regnet es hier bei mir schon gefühlt wochenlang. In der App wähle ich jetzt Schweinefleisch aus und hier müssen wir natürlich voll durchgaren. In der App seht ihr dann auch anhand eines Graphen, wo sich Kerntemperatur und Umgebungstemperatur befinden. Außerdem hier auch noch eine Linie für die Zieltemperatur. Einzig an der Übersetzung muss Inkbird noch arbeiten. Ja, das geht auf jeden Fall besser, finde ich. Nach rund eineinhalb bis zwei Stunden ist auch der Rollbraten auf Temperatur gekommen und fertig. Nun der Anschnitt, ja und was soll ich sagen, richtig schön saftig, genauso wie es sein muss und es war überaus lecker. Wie ist also jetzt mein Fazit vom Inkbird INT 11PB? Ich hatte ihn jetzt drei Wochen im Test und auf verschiedene Gerichte ausprobiert und muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Funktionen. Die App könnte man auch ein bisschen schicker gestalten und auch die Übersetzung ein bisschen verbessern, aber das sind ja nur kosmetische Sachen, die kann man auch mit einem Update einfach lösen. Das Thermometer selbst ist richtig gut. Die UVP beträgt 99,99 Euro, aber passend zum Black Friday hat das Unternehmen auch einen sehr guten Preis und zwar kostet das aktuell nur 59,99 Euro, was schon ein sehr guter Preis für ein kabelloses Thermometer ist. Falls ihr Interesse habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und falls ihr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao. Ciao.